Die Gedanken für den Dach Heute mit Stephanie Kasel, Pastoralreferentin an der Pär Oeversauer St. Pirmin Das letzte Tag ist ein Problem. Man hat schon den ganzen Dach nur Lesungen gesucht. Schon am Internet geguckt, schon heuer war gelesen. Sie sind aber nicht wirklich weitergekommen. Aber es ist mir spät, wenn ich noch eine Idee für diese Jugendgruppe Jesus-Follower gesicht tun, sie nicht ob den Text aus der Bibel von Mose gestoß. Wer hin an der Wüste ob die Schaf abgepasst hat, hat hier eine Strauch entdeckt, die brennt, aber nicht verbrennt. In das Fähre wird sich gehen, geht mein Neu, anheu hat dem Herrgott seine Stimme. Er kann ihn zwar nicht gesehen, mit dem Herrgott verrät ihm aber sein Name. Und zwar, ich bin, der ich bin. Oder eines gesagt, es sind denen, die für die Stoas. Beginnungen geht Doma da benennen, dass der Mose einen Obdrag kriegt. Feier mein Volk aus der Sklaverei an die Freiheit. Wenn ich so über die Geschichte nachdenken, könnte mir ein Problem an der Kopf. Und da hat der Gedanke, dass wenn der Mose demals den ganzen Tag schüßt für Russisch gestoßt hat, hat ihn der Strauch nicht gesehen. Und da hat den Herrgott wahrscheinlich verpasst. Ich meine, dass für den Herrgott zu beginnen, dafür brauche ich einen weiten Blick. Den Blick, der nicht schon von etwas gefangen ist. Aber ich brauche einen Blick, der oben ist, der sich rundherum schaut. Wie der Mose sein. Für neue Impulse, Ideen zu kriegen oder Lösungen zu finden, brauche ich eine Ruhe. Wenn ich so an dem kleinen Feststirchen, dass ich nicht mehr nachschüßtet gesehen habe, was für meine Nose ist, da sind ich nicht mehr ab für andere Gedanken. Vielleicht will Gott mehr Personen, und ich bin zu viel aufgelenkt, für die Wahrheit zu merken. An der Geschichte von Mose kommt immer zu so Begegnungen. Sie helfen dem Mose, sich nicht zu orientieren. Meistens kriegt er eine Hölle vom Herrgott. Die dote Begegnung ist schon lange hier. Mir auch heute lässt den Herrgott sich immer empfangen. Das geschieht oft überraschend. Mir auch war mir bewusst nur im Sischen. So ein Strauch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und ich ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Mir ist schon erlebt, dass den Herrgott mir durch Menschen oder Situationen begegnet, dass er weitergeholen wird. Zum Beispiel durch ein Gut Ideen, der mir beim Spaziergott gekommen ist. Etwas Spannend, beim Herrgott in der Wehe zu sehen. Dem Trauen, was wir von Gott verstanden haben, spürig bleiben für seine liebende Gegenwart, Herz und Sinne öffnen für seinen lebenspendenden Geist und uns ganz seiner Wirkkraft überlassen, uns berühren und erfüllen lassen von seiner glühenden Liebe und uns anstecken lassen davon, damit wir aufbrechen können aus aller Enge und hier und heute etwas Neues anbrechen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!